Hey servus Leute, herzlich willkommen zurück zum Kanal. Heute geht es mit der DC endlich mal wieder richtig schön nach vorne. Und zwar werden wir heute den Motor in den Rahmen einsetzen, richtig montieren, dann dementsprechend auch den Vergaser einbauen, schon mal ein paar Rahmenteile dran bauen, die Elektrik reintun, davon habe ich allerdings nicht so viel gefilmt, den Lenker auch verbauen und sowas halt genau. Das halt im Endeffekt man schon mal ungefähr jetzt wieder erkennt, dass es ein Motorrad wird. Ich habe heute das Ganze mal in einem anderen Style auch aufgenommen wie sonst. Ihr wisst, ich wechsle immer ganz gern mal die Styles, wie ich die Videos mache. Ich habe es dieses Mal so gemacht, ich habe mir die GoPro mit so einem Headmount an den Kopf getan, dass ihr praktisch so eine Ego-Perspektive oder First-Person-Perspektive habt, wie ich das mache. Wenn euch das gefällt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Dazu habe ich jetzt kein großes Commentary gemacht. Ich denke mal, zu den Sachen, die ich heute in dem Video mache, kann man auch nicht viel sagen. Deswegen werde ich euch das jetzt einfach so zeigen und noch ein bisschen Musik hinterlegen. Und ich denke mal, das dürfte dann ganz gut so werden. Also dann Leute, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.